Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 2. Ja, die gute Edda, die hat was für uns wahrscheinlich. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Ja, aber gerne doch den... Ach, ne? Kann man doch hier du... Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Okay. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Oh. Okay. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Ja, für Schamba dabei, für Schamba dabei. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Ja, vielen Dank. Machst du das auch noch einmal? Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Ach so ist das. Die Edda. Da sagt die, komm mal rein in meine Kiste, ne? Die geht aber ran hier. Das Mädchen. Und wir dürfen sogar hier bei dir schlafen. Ist das hier deins? Ist das hier deins, Edda? Sieht ganz danach aus. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ne. Kluges Kerlchen. Ja, was denn? Ich dachte, du wohnst hier. Mann, Edda. Die lädt uns ein und dann sagt sie noch kluges Kerlchen hier, oder wat? Ich weiß nicht, wo die Edda wohnt. Oh, er wills hat denn wissen. So, was haben wir denn da hinten noch? Wir gucken uns natürlich weiter um im Hafenviertel. Wir haben es ja bald geschafft. Haben wir bald geschafft. Oh, viele Paladine. Genau, da ist das Bordell. Da wurden wir eingeladen, eine Nacht mit der Nadia anscheinend zu verbringen. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt machen. Aber sonst haben wir hier gar keinen mehr, ne? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, da hinten waren wir noch nicht, ne? Oh, wer bist du? Wer sitzt denn da? Bist du auch nur so eine Bäuerin? Ja, Tatsache. Irgendwie... Ich meine, wir hatten hier doch irgendwo einen Schmied in der Ecke, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da drin ist auch niemand. Hier, ich höre ihn doch. Aha. Da sind sie ja, die Ollen. So, hallo Karl. Ja, weiß ich nicht, ne? Du... Ich seh mich nun mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Oh. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Naja, haben wir schon gehört. Du, weißt du denn was darüber? Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden, ne? Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Na gut. Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Kleppel. Der Karl kennt sich aus, du. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Aha. Aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Oh. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Aha. Das heißt, wir haben noch einen Stärketrainer. Was willst du fürs Training haben? Jo. 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Boah, das ist aber... Ja. Das ist nicht gerade wenig, ne? Und wer bist du hier? So, hallo. Kannst du mir was verkaufen? Nö, ne? Schade. Ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt hier Schmiederohrlinge hätten oder so. Ja, schade. Hm. Irgendwo... Wer hat denn nochmal fünf Schmiederohrlinge? Oh, wer ist denn hier drin? Hallo? Du hast auf jeden Fall nette Sachen hier. Eine ausgestopfte Hab hier. Ich will nicht hoffen, dass wir die auch hier im Game haben. Ekenatz. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Ähm. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Okay. Okay. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist. Also, wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Das ist ja mal der Hammer. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ah. Ich kenne dir die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Oh, das ist aber cool. Das machen wir. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Hammerhart. Spruchrolle erhalten. Sonst irgendwas? Ja, wegen deines Experiments. Super. Und er hat natürlich einen Alchemie-Tisch. Meine Güte, der brödelt hier ganz alleine rum. Guck mal hier. Oh, die haben immer so schöne Sachen hier drinnen. Boah, Freunde, wir müssen unbedingt das Schlösserknacken lernen. Obwohl wir eigentlich so und so... Warte mal, wie sieht's denn aus? Ja, wir haben nur noch fünf Lernpunkte. Ja, ja, ja. Aber. Aber, Freunde. Das werden wir noch hinkriegen. So, lass mich mal überlegen. Jetzt hatten wir hier alle... Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen hier, ne? Nicht, dass da noch so einer im Haus rumlungert. Dann würde ich nämlich jetzt vorschlagen, wir gehen... Warte mal, wir haben noch ein paar Leute vergessen. Da war doch das letzte Mal auch so eine nette Händlerin, ne? Genau, hier war das doch. Hier, guck mal. Das nette Fräuleinchen hier. Was hast du denn dabei? Hallo? Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Oh. Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Oho, dürfen wir mal fühlen, oder wie hier? Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja, doch. Was willst du wissen? Och, die ist aber nett, hör mal. Dann, ähm, sag doch mal hier. Gibt es noch andere Händler hier im Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Er verkauft Fische. Auf der anderen Seite gibt es da noch Brahim, den Kartenzeichner. Den haben wir. Alles klar. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Oh. Geh schon wiederum sympathisch. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenknalpe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Oh. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine. Die stattliche Kriegskalere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurch gehst, wirst du es finden. Sehr gut. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall das Schiff angucken. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Oh, vom Bosma. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Der ist ins Becken gesprungen? Na gut. Zeig mir deine Ware. Der ist einfach ins Wasser gesprungen. Er ist ja irgendwo hingeschwommen, ne? So, sehr schön, Freunde. Das ist doch wunderbar. So, dann, ähm... Wo ist der Händler von ihr? Hier links, ne? Irgendwo. Haben wir den... Ach, da hinten, ne? Du warst ja... Genau. Der kümmert sich um Nadja. So, du bist der Händler, ne? Du bist doch der Händler. Jawohl. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Okay. Sehr nett. Zeig mir deine Fische. So macht man das. Zeig mir deine Fische. Feststellen, er hat Fisch dabei, was uns nicht interessiert. Und dann was anderes fragen. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Ja, da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Du bist mir ja ein Schlaumeier. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Ja, wenn die mit auf Schiffe mitgenommen werden, sind so lange keine Schiffe mehr hier gewesen, ne? Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Du bist ein Heller, ne? Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Ja, den haben wir ja schon gefragt, ne? Das war doch der, der die Ork-Informationen haben wollte. Der hat gesagt, dass irgendein Fahrriemen oder so, ne? Den William vermisst. Na gut, okay. Dann haben wir den auch noch. So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir erst ins Bordell und so? Eigentlich müssen wir uns... Ne, komm, machen wir jetzt mal. Gehen wir mal rein hier. Warte mal hier. So, hallo. Da bin ich ja mal gespannt. So, wen haben wir denn hier Schönes? Guten Tag, die Damen. Guck mal, Sonja. Oha. Jo, da fühlt man sich... Nadja. Oh. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Oh, jetzt wird es interessant. Hallo Bromor, du. So, und zwar. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst? Dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ja, ja. Beruhig dich. Ja, sind die noch alle vollzählig, ne? Finde ich auch gut. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Was? Äh, nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhandengekommen? Ach so. Oh Mann. Ja, tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Okay. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren, oder was? Ähm, ja, 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 klar. Ja, wollen wir, ne? Wollen wir. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Ähm, ja, Dankeschön. Nadja, genau. Nimm dir noch einen Schluck, ne? Man trinkt sich ja schön. Oder nicht? Hey, you! So, jo. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Sehr schön. So, Moment mal. Bevor wir hier weitermachen, Freunde. Einfach mal vorsichtshalber. Jo. Da sind wir nämlich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mit der hübschen Nadja. Folgen wir ja. Guck mal, da oben steht sogar noch ein Typ von der Miliz. Ich glaub's ja nicht. Was macht der denn da oben? Naja, die dürfen ja auch ihren Spaß haben. Darf ich hier rein? Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Oh Mann, immer brauchen wir einen Schlüssel. Hör mal, wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden, glaub ich. Ja, ne? Ladies first. Ach, mit der Nadja nach oben. Da bin ich ja mal gespannt. Die will sich eigentlich mit uns, äh, unterhalten. Ne? Hallo. Darf ich stören? Ach, komm mal, hier ist der Peck. Und wer ist das hier? Vanya. Hey, you! Ich bin beschäftigt. Äh. Ja, ich will nur zugucken. Da kann man sich nicht draufhallen. So, was ist denn mit dir hier? Hey. Was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Ja, ja. Meine Güte. Ui, 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 ui. Ja, man tut auch eigentlich nicht dabei stören, ne? Was ist hier los? Hallo? Nett. Aber wo ist Nadja? Wahrscheinlich im letzten Zimmer, ne? Platz da einfach so rein im Modell. Hallo? So, haben wir hier irgendwas Schönes, was ich mitgehen lassen kann? Weder noch, ne? So, Nadja, meine Gute. Wie sieht's denn aus? Ah, komm mal her. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Romo sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Aha. Dann, ähm, ja bitte, ne? Erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Oha. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Eldridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Und das schon seit einiger Zeit, ne? Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Okay. Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Eine unvergessliche Nacht. Mit Nadja. Warum denn nicht? Das ist ein wenig amüsieren, Schätzchen. Tja, das war eine unvergessliche Nacht mit Nadia. Hat sie denn gefallen? Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süßer. Oh, okay. Ja, komm mal wieder, klingt doch auch nicht schlecht, ne? Immerhin haben wir uns doch noch ein bisschen amüsiert für unser hart verdientes Geld als Schmied. So, dann wissen wir nämlich, wo die dann auch abgehauen sind. Warum ist denn... Ich höre keine Musik mehr. Ah, da kommt sie wieder. So, Freunde, dann... Was fehlt uns noch? Uns fehlt irgendwie ein Fischer, ne? Der ist ja irgendwo bei dem Paladin, dann. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Kneipe. In die Kneipe. Guten Tag. Wie, nur zwei Mann hier? Das hier ist der... Nagur, Nagur, wie auch immer. Schade, hier hinten haben wir nix. Wie, kein Freibier oder was hier? Hey. Ich hatte gerade ne aufregende Nacht mit ner schönen Dame. Ich brauch was zu trinken. Gib mir was zu trinken. So, was hat er denn dabei? Ähm, nee. Nicht so mein Geschmack, ne? Was ist das hier? Wein. Brauchen wir nicht. So. Gib mir was zu trinken. Das war falsch. Vorzeiht. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Nee, nee. Ich, äh... Du kriegst doch bestimmt ne Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich hab immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Wow. Moment mal. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Jo. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Ähm... Nee. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzuhr, weißt du das? Na, meinethalben. Sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Meinethalben. Okay, dann, äh... Sag mal an. Ich brauche Informationen. Jetzt dürfen wir dem sogar noch Geld geben dafür, ne? Und zwar... Bei wem kann ich hier was lernen? Brauchen wir nicht. Ähm... Ja, und... Die einflussreichen Bürger der Stadt wissen wir ja auch, wer dazu gehört, ne? Deswegen... Kommen wir zu den wichtigen Sachen. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier am Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Koragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor, unten am Kai, könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Bei dem waren wir auch schon. Da geht's ja nur um den Fischer. Na gut. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du ne gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik rausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Da müssen wir so und so noch hin, weil da hat er jetzt ein Schwert wieder. Hast du denn nicht irgendwie was, äh, was Besonderes? Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Hm. Hm. Guck mal, wie er sich umguckt. Oh. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Aha. Okay. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuriss, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zur Zeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, den Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Coole Sache. Okay, dann hab schon mal vielen Dank. Den Rest brauchen wir nämlich nicht. Glaube ich zumindest. Wenn ich was vergessen habe, Freunde, da unten reinschreiben. So, dann, ähm... Dann wollen wir uns doch mal mit dir unterhalten, ne? So. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also. Du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft mit meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage. Und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Nö, vergiss es. Ne, hier, komm, komm. Ja, 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 hier, von wegen ein Drittel immer. Ne? Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe, halbe. Okay, ich hab mir gedacht, ich probier's einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. Dachte ich mir. Gut, dann erzähl. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Oh. Dieser Baltram hat einen Boden, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boden, denn ich habe ihm die Kehle durchgestütten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen, und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir, und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen und versucht bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Verstanden und angekommen. Der gute Akil wird doch gerade von Söldnern beruht oder so, ne? Wie sollen wir das denn machen? Na gut, okay. Wie hoch wird der Gewinn sein? Ja. Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Boah, das ist aber nicht schlecht. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Jo. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Alles klar. Und wenn wir das nämlich als nächstes machen, Freunde. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Einfach Kehle durchgeschnitten. Hammerhart, ey. Wo finde ich? Er hat seinen Stand... Ja, wir wissen, wo der ist. Alles klar. Kann losgehen. Oha. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Ja, ja. Bleib mal cool. Hör mal, wir haben einen guten Bogen. Hier haben wir wohl mal ein Mundwerk, ne? Aber der hat's auch vielleicht drauf. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir haben wieder noch mehr zu tun als vorher auch. Wir gucken uns noch das tolle Schiff der Paladiner an. Dann geht's zu Akils Hof. Und dann spätestens werden wir da mit Laris dann das erste Mal über die Welt reisen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird noch eine Menge kommen. Und zum Glück sind wir endlich mal hier fertig in Korinus. Bis dahin. Bis dahin.